Das ist der Herr Ivanov aus Frankreich, der französische Pilot. Franchmann? Ja. Wie war es heute für dich? Nicht gut. Warum nicht? Ich bin der erste Lose. Warum? Weil ich neun bin. Ja, aber was hast du getan? Was ich getan habe? Ich versuchte gut, aber in halb Sekunden bin ich neun. Dank einer halben Sekunde ist er jetzt neunter. Das heisst, er ist nicht in den Super 8. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Es ist schade für ihn, denn er ist immer so lustig. Er lacht jetzt noch. Und das für dich. Nächste Mal. Nächste Mal. Neue Spiel? Nein. Nächste Jahr. Aber er hat einen neuen Mechaniker dabei jetzt. You got a new technician? Yes. New technician? Very good. Eating. He's working. Eating. SN. Ja. Aber wie gesagt, er ist der Franzose im Bunde mit seinem lustigen Haar. Ist immer gut drauf, lacht immer. Also richtig der Aufstellerie. Nikola, was du denkst? Did Hannes do a great job today? Or could he actually do better? Hannes did a really great job, but he can do better with a good tool. His tool today was not really nice like the other day. because some part of his team was not really here today. And who is this part? Yeah, I like to know that too. He did a really good job and a good team. Good plane. I think it's a good combination of the pilot plane and everything. What do you think about his technician Vito here? Vito... ...est paresseux. Il sait parler francais, mais il ne veut pas du tout parler francais. Pourquoi? Parce que tu es paresseux. Vito veut toujours travailler sur l'avion d'Anaest, du matin jusqu'au soir. Quand on part à 8 heures le soir, il est toujours sur l'avion. Il a dit, c'est que quand je suis prête à l'avion d'Anaest, je suis prête à l'avion d'Anaest et quand je suis prête à l'avion d'Anaest, je travaille toujours sur l'avion d'Anaest. Je travaille toujours. Oui, toujours. Tu fais des petites choses en cachette, c'est pas bien. Tu fais un bon avion, trop bien. Enfin c'est bien qu'Anaest.